Die Abläufe in kleinen und mittleren Unternehmen endlich in den Griff bekommen. Weniger Firefighting, weniger Nacharbeiten, weniger Stress und Hektik, dafür mehr Ruhe, mehr Flow und einfach mehr schaffen. Diesen Wunsch haben mir gegenüber viele Führungskräfte geäußert. Aber auch das große Problem, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, der Berg viel zu riesig ist und sie einfach nicht wissen, wie man den Elefanten essen soll. Also, wo und wie anfangen? Dazu verrate ich Ihnen sieben Tipps, wie der Einstieg gelingt. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Starten wir gleich mit Tipp Nummer 1. Das hört sich jetzt sehr banal an, ist aber das Fundament jeglicher Verbesserung und damit ist es ziemlich der wichtigste Tipp, den ich Ihnen geben kann. Deswegen gleich ein wichtiger Tipp ganz am Anfang. Nehmen Sie sich Zeit für Organisation. Präservieren Sie täglich mindestens 15 Minuten, um an Ihrem Unternehmen zu arbeiten. Und sich regelmäßig und konsequent um die Abläufe in der Firma zu kümmern. Das kann gleich jetzt frühmorgens sein, wenn Sie starten oder direkt eben nach der Mittagspause. Aber bitte nicht am Abend, denn dann fällt es einfach oft vom Tisch, weil wieder irgendetwas anderes wichtiger war. Warum ist das so wichtig, dieses Zeitnehmen? Zum einen merken Ihre Mitarbeiter ziemlich schnell, dass Sie regelmäßig Abläufe hinterfragen und Dinge verändern wollen. Alleine dieses Sich-drum-Kümmern sorgt dafür, dass die Abläufe sorgsamer durchgeführt werden. Schließlich will ja keiner von den Mitarbeitern irgendwie im Scheinwerferlicht stehen. Und zum anderen haben Sie im Jahr etwa 230 Arbeitstage. 230 mal 15 Minuten sind 57,5 Stunden im Jahr. Das sind fast zwei Arbeitswochen, die Sie in Ihre Firma und in Ihre Abläufe investieren. Am Stück hätten Sie sich niemals anderthalb Wochen Zeit genommen, aber 15 Minuten am Tag sind möglich. Regelmäßigkeit ist damit der Schlüssel zum Erfolg. Zweiter Tipp. Suchen Sie sich eine Aufgabenverwaltung, die zu Ihnen passt. Es ist völlig egal, ob Sie jetzt ein klassisches Notizbuch nehmen oder mit einer Software arbeiten wie ToDo, Trello oder A-Work. Wichtig ist nur, dass Sie dabei eine klare Übersicht haben, an welchen Themen Sie gerade arbeiten, was Sie nachverfolgen müssen, was abgeschlossen ist, wo Sie vielleicht auch mal Bilder dazu packen können, wo Sie kleine Notizen machen können und Ähnliches. Wenn Sie sich keine Aufgabenverwaltung zulegen und regelmäßig nutzen, werden Sie früher oder später in der Masse von Themen untergehen oder in der Post-it-Bombe, letztendlich die ganzen Klebezettel, die irgendwo sind und die ganze Mühe war bis dahin für die Katz. Das passiert nicht, wenn Sie eine Aufgabenverwaltung verwenden und wenn Sie keine Aufgabenverwaltung verwenden, passiert nichts in der Firma. Ich persönlich nutze A-Work zur Aufgabenverwaltung, weil ich dort auch Termine, Fälligkeiten, Arbeitszeit und Ähnliches für die Aufgaben buchen kann. Wenn Sie das mal ansehen wollen, habe ich hier ein Video zu A-Work gemacht, da können Sie mal reinschauen, um einfach mal den ersten Eindruck dazu zu gewinnen. Dritter Tipp, erstellen Sie eine Prozesslandkarte, auf der die Kernprozesse Ihres Unternehmens verzeichnet sind. Wichtig ist dabei, dass Sie neben dem eigentlichen Prozess auch die Inputs und die Outputs sowie essentielle Prozesskennzahlen erfassen. Denn damit haben Sie nicht nur ein Bauchgefühl, sondern genau lokalisiert, wo die Probleme wirklich auftreten und was gerade am dringlichsten ist. Wie man eine Prozesslandkarte erstellt und was dabei darauf ankommt, das können Sie sich hier in dem Video auch nochmal genau anschauen. Da gibt es auch ganz viele Tipps zum Thema Prozesslandkarte, wo wir mal wirklich ins Detail gehen. Vierter Tipp, machen Sie regelmäßig Ihren Firmenrundgang, den sogenannten Gemba-Walk und achten Sie immer genau auf die Punkte, die zum jeweiligen Thema des Firmenrundgangs passen. Also wenn das Thema Ihres Rundgangs jetzt zum Beispiel Arbeitssicherheit ist, dann achten Sie genau auf alle denkbaren Punkte zur Arbeitssicherheit und zur Unfallverhütung. Das kann zum Beispiel die korrekt angelegte Schutzausrüstung sein, wie Helm oder Warnweste oder Schlittschutzhandschuhe oder Gehörschutz. Das kann aber auch die ordnungsgemäße Bodenmarkierung sein oder die Überprüfung von Notausschaltern an den Maschinen. Auch zum Gemba-Walk gibt es ganz viele Tipps und Tricks, die ich hier noch in einem einzelnen Video zum Gemba-Walk und zum Firmenrundgang zusammengefasst habe. Schauen Sie mal mit rein, da sind noch ganz, ganz viele Sachen drin, wie man das vorbereitet und wie man vor allem die richtigen Themen für seinen Firmenrundgang findet. Tipp Nummer 5. Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich weiß, das Thema liebt keiner, aber weil es eben oft genug in Stricklisten, Excel-Krieg, vermeintliche Totalkontrolle und ähnliches endet. Oder man eben entnervt in Kennzahlen Friedhöfen nach dem Stein der Weisen sucht. Aber ohne Zahlen, Daten und Fakten können Sie keine Entscheidung treffen, wo Sie Ihre kostbare Zeit investieren sollen und ob die investierte Mühe sich am Ende auch wirklich ausgezahlt hat. Weniger ist da mehr, glauben Sie mir das. Also die Anzahl von etwas, wie zum Beispiel, wie viel Paar Weißwürste in der Metzgerei verkauft werden und die Durchlaufzeit zum Beispiel, wie lang es dauert, um die Weißwürste herzustellen, sind zwei zentrale Messgrößen, die Sie aber enorm weiterbringen. Anzahl und Durchlaufzeit empfehle ich Ihnen daher ganz, ganz dringend zu erfassen, weil das sind Kernmetriken für Ihre Prozesse. Und mit diesen zwei Kennzahlen, wenn Sie nur die zwei wirklich systematisch erfassen, kommen Sie einen riesigen Schritt weiter. Damit sind wir schon gleich beim Tipp Nummer 6, der ganz vielen Unternehmen schwerfällt. Entexeln Sie Ihre Firma. Excel ist für alles da, aber auch für nichts gut. Es wird leider in allen Firmen alles in Excel gemacht, obwohl Excel dafür überhaupt nicht gebaut worden ist. Egal, ob das jetzt die Arbeitszeiterfassung ist, eine Kundenkartei, der Jahresabschluss, offene Postenliste oder ein Fadenbuch oder was auch immer. Stellen Sie sich irgendwas vor, was irgendwie aussehen könnte wie eine Tabelle und es wird in Excel gemacht. Aber es gibt hervorragende Software, die für den jeweiligen Zweck gebaut worden ist und die entsprechend viel, viel besser ist als eben Excel. Natürlich kostet dann so eine Spezialsoftware auch eine Lizenzgebühr, weil der Hersteller ja auch von irgendwas leben muss. Aber in den meisten Fällen oder in fast allen Fällen spart man sich mehr Kosten an Arbeitszeit ein, als die Lizenz im Monat wirklich kosten würde. Dazu habe ich ein ganz schönes Beispiel aus meiner Beratungspraxis von einem Unternehmen, wo ich als Berater hingekommen bin. Der Betrieb hatte 23 Mitarbeiter und jeden Monat wurden pauschal sechs Überstunden ausbezahlt. Die sonst auflaufenden Überstunden wurden immer blockweise abgegolten. Also wenn es immer ein bisschen mehr war, dann haben sie immer 20, 30 Stunden gleich ausgezahlt, aber ansonsten regelmäßig eben sechs im Monat, damit nicht so viel aufläuft. Jede Woche haben die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit auf einen Wochenzettel geschrieben und die Arbeitszeit sowie die Überstunden entsprechend ausgerechnet auf einem Papierzettel. Und dieser Wochenzettel kam dann ins Büro und die Überstundenseiten wurden in eine Excel-Tabelle übertragen. Excel wieder. Damit man somit einen Überblick über die Stunden des jeweiligen Mitarbeiters sowie den Saldo der gesamten Belegschaft hatte. Natürlich wurden auch die übernommenen Urlaubstage und Krankheiten in diese Art der Buchführung übernommen. Jetzt rechnen Sie sich das mal durch. 23 Mitarbeiter geben 52 Wochenzettel ab. Macht 1196 Zettel. Das Erfassen der Arbeitszeit beim Mitarbeiter, händisch natürlich, kostet etwa 10 Minuten in der Woche. Der Übertrag der Überstunden, Urlaubstage, Krankheiten etc. in die Excel-Tabelle kostet etwa 5 Minuten pro Zettel. Das Zusammenschreiben und Weitergeben der Daten an den Steuerberater für die Lohnabrechnung nochmals zwei Stunden im Monat. Macht also im Jahr summa summarum über 300 Stunden Arbeit. Bei 60 Euro Stundenkosten der Mitarbeiter spricht man von rund 20.000 Euro Kosten für die Arbeitszeiterfassung. Und dort war man nicht gewillt, anfänglich, danach, wie ich das vorgelegt habe, war das dann sehr schnell entschieden, aber man war anfänglich nicht gewillt, etwa 100 Euro Lizenzkosten im Monat, also 1200 Euro im Jahr, für eine entsprechende Software auszugeben, die das ganze Thema Personal und Arbeitszeiterfassung professionell löst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Excel-Lösung kostet mehr als das 15-fache, als nur eine moderne und datenschutzkonforme Personalsoftware. Genug aufgeregt, kommen wir zu Tipp Nummer 7. Ordnung, Disziplin und Sauberkeit. Und die beginnt bei Ihnen als Führungskraft, beziehungsweise als Chef und nicht beim Mitarbeiter. Wenn sich auf meinem Schreibtisch als Chef die Stapel türmen, warum sollte mein Monteur denn dann sein Fahrzeug aufräumen? Ist ja auch nur ein Arbeitsmittel. Wenn in einer Besprechung E-Mails am Notebook bearbeite und geistig abwesend bin und nur quasi in der Gruppe von Menschen da sitze und ich vielleicht noch irgendwelche Chatnachrichten prüfe und irgendwas mache, warum sollte mein Mitarbeiter mir zuhören, wenn ich irgendetwas sage und erkläre? Wenn ich ständig zu spät bin, warum sollten dann andere die Termine einhalten? Sie merken schon, wo die ganze Reise hingeht. Sie sind das Vorbild. Und Sie müssen die Ordnung, Disziplin und Sauberkeit wirklich jeden Tag vorleben. Dann folgen Ihnen auch Ihre Mitarbeiter, weil Sie spüren, dass Ihnen dieses Thema wichtig ist. Aber wenn Sie vorleben, dass Sie es nicht ganz so genau nehmen, dann werden Sie Ihre Mitarbeiter auch nicht ganz so genau nehmen. In einem chaotischen Umfeld kann eine sorgfältige und präzise Arbeit eben nicht verrichtet werden. Ich habe bei einem Kundenunternehmen einen Schreibtisch gesehen in der Werkstatt, eine Werkbank. Die war komplett voll mit Werkzeug, mit Abfall, mit allem möglichen Zeug. Und dann sollte dieser Mitarbeiter auch noch bei relativ schlechter Beleuchtung fein mechanische Arbeiten vornehmen. Das kann nicht funktionieren. Und wer sich damit genau auseinandersetzen will, für den habe ich hier auch nochmal spannende Videos zu der 5S-Methode. Die kommt aus dem Lean-Management und die ist genau das, nämlich Ordnung, Disziplin und Sauberkeit wird mit 5S gefördert und vor allem eingeführt und dauerhaft verankert. Gucken Sie mal mit rein. Jetzt habe ich noch einen Bonus-Tipp für Sie. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig nach Standards und sorgen Sie dafür, dass es Standards gibt. Und wenn jetzt wieder jeder stöhnt, Ey, Boah, Standards, echt jetzt? Das ist doch sowas von bürokratisch und tötet jeden kreativen Nerv. Hören Sie sich doch nochmal meine Definition von Standards an. Ein Standard ist die derzeit beste bekannte Vorgehensweise für eine gelingssichere Ausführung. Hey, da ist doch ganz, ganz viel Raum für Verbesserung. Und vor allem, man kann doch wirklich derzeit beste Bekannte. Vielleicht gibt es bessere Möglichkeiten. Vielleicht gibt es bessere Wege als den, den wir gerade gehen. Aber bis wir den besseren Weg gefunden haben, machen wir bitte alle es auf die eine Art und Weise. Und nicht jeder, wie er gerade lustig ist. Standards sind ein ganz zentraler Schlüssel für weniger Stress in der Firma. Und wenn Sie Lust haben, über meine Tipps zu diskutieren, dann gerne ab damit in die Kommentare. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video, bei dem es mal etwas detaillierter um das Thema Prozessorganisation, Aufbau- und Ablauforganisation geht und wie man das Ganze zusammenbringt. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Wir sehen uns im nächsten Video, bei dem es schon wiedersehen. Vielen Dank.